Musik Heute ist der 20. Januar 2023 Und wie man schön sehen kann, ist es wieder Kalima auf der Insel. Nachdem es im Norden der Insel in der Mitte doch erheblich regnet hat, ist im Moment alles mit Wolken bedeckt. Hallo, wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank. Musik Musik